ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich will nur ne neue Axt rausbauen. Ich hab mir nen Stock geklaut. Wollt du klaust alles? Meins. Ja, super, jetzt hab ich 6 Fitch-Nordement geöffnet. Jetzt kämpfst du da erstmal. Läuft. Hier oben ist ein Agro-Schwein. Ist natürlich nicht immer Agro. Level Up! Wooh! Ich habe... Waaaah! I'm so angry! Aber ich bin auf das Schwein gehüpft. Das läuft noch im Schritt. Weiter! Wow! Vielleicht ist es vom Schleim sterben, ne? Das wäre so lächerlich. Hüpf! Hüpf! Überhaupt wenn ich ein Leben hab, ne? Dann hab ich voll das Respekt vor den Dingern. Ich hab auch noch ein Leben, aber... Ja, ja. Deswegen warte ich mal, bis die gehüpft sind und der Schlagse ist. Danke, warte. So aus wie Robin heute. Mehr Steine. Komm. Was hast du vorbeilaufen fallen lassen? Ja, was deido meido. Voll hippie pie pie. Hippie pie pie. Ja. Guck mal. Mein Typ hat einen falschen Kopf. Ja, guck mal in den Mund oben. Ich glaub das sind Haare oder so. Ja. Du bist schon wieder durch den Stein gelaufen. Was ist denn mit dir los? Abbruchsparen. Ah! Oh, ich pack schon Waffe. Wow. Ich hab gecritted, Alter. Ey, du hast den Schleim getötet. Weg gesehen. Stein hat uns getrennt, mich und den Schleim. Ähm, gib mir mal schnell deine Steine und lauf weg. Warum? Dino. Dino. Ja, ne. Ich hab mir schnell deine Steine. Okay. Hier. Alter, aber das ist ein geiler Run gerade. Ein richtig geiler. Achtung Dino. Ja, der kann auch nichts. Der ist eigentlich voll easy zu töten, weil du im Rücklaufen gesammelt bist wie der Dino. Nächste verfolgen? Ja. Aber trotzdem, musst du ja nicht riskieren hier Schaden zu bekommen. Zieht das eigentlich auch Duability ab, wenn man, äh, Gras haut? Ja, klar. Alles. War unfair, ey. Alles ist allein geblockt. Äh, hintere. Ah, fup. Hab ich nicht stört. Ich töte mich selber. Wow. NPCs killen besta. Bringt zwar nicht viel, aber bringt was. Aber ich bin keine Hühnchen. Ähm. Stefan, du atmest ins Mikrofon. Kämst du dich? Hör auf zu atmen. Ops. Aha. Wo ist das genau? Wenn man zu weit weg steht, ist das so. Alter. Ich, ich krieg das gar nicht hin. Du bist viel näher dran. Einfach hier stehen. Ich war weiter weg und es ging. Ich hab jetzt nur drei gebraten. Ne, kacke. Ich hab nur zwei. Äh, da. Wie viel Eisen hast du? Ach stimmt, ich muss schmieden. Wenn du drei Waren übrig hast, dann hätte ich die. Ich kann mir jetzt genau komplette Rüstung. Und ich glaube, ich scheiße auch das Schild. Ah, warte. Äh, Kraft und du machen. Stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das bei dem hier auch zählt. Ich glaub fast das zählt nicht. Ja, aber besser als, ne? Vielleicht zählt's irgendwie doch und doch. Ja, also du musst nur Brust und Dings, damit ich mir auch was bauen kann. Ja. Du hast richtig verstanden. Brust und Helm, damit du dir andere machen kannst. Ich guck, ist da irgendwas Special drauf? Hm, ich glaube nicht. Nö. Jetzt war's der Kacka. Warum hast du da hingekackert? Wir hätten uns eventuell einfach eine Eisenachs machen, äh, Hacke machen sollen, um... Ich kaufe erstmal eine. Ja, wenn wir eine Koffenkarte verweilen. Weil wegen, dass wir Gold farmen können. Sicher, dass das Eisen war? Ja. Erohn-Pack-Axt. Okay. Pack-Axt. 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 Pack-Axt! Mal gucken, im Verkaufen. Hast du noch Steine? Nee. Weg. Weg. Mann, hast du nicht, brauchst du nicht, ne? Nö. Okay. Oh leu, ich hatte zwei Kohle. Ich hab ein Feier-Sahle-Sick gemacht. Ja. Dachte es war, äh... Dachte aber es wäre halt Steine gewesen, weißt du. Hast du noch Dingsrums? So, äh, Herb-Teile? Eins. Du? Du auch eins. Dann hier. Fusioniere! Wenn du einen kleinen Trank hast, dann gib mir meinen großen raus. Ich hab auch einen kleinen so. So, äh, willst du auch? Warte. Ich teile mal. Du willst meine Tränke. Willst du auch tränke? Da. Ich hab dir geteilt. Du hast die Hälfte, ich die Hälfte. Hast du noch Holz von mir? Hab ich verkauft. Okay. Magier machst du nicht. Magier machst du nicht, also kann ich Monster hab ich verkaufen, ne? Ja. Bringt er die Waffen, das zusammen macht zum Verkauf? Also, ist das dann ein Mehrwert? Keine Ahnung, ich glaub fast nicht. Okay. Verkaufen. Ich glaub, ich kauf fast alles das gleiche wert. Äh, Knochen. Kannst du Knochenbögen? Äh, nenn dich Bögen. Waffen, äh, Pfeile machen? Ja. Echt? Willst du machen? Weiß nicht, die fehlt einfach mehr. Alles ist besser als Holz. Ich würd... Ah, Holz hast du nicht mehr, ne? Ne, grad verkauft. Ah, weil mein Schwert fast kaputt ist, nur noch. Ja, machen wir gleich hinaus. Dann soll ich zwei Barren behalten für'n Schwert? Eisen oder was? Nein, von den, äh, braun. Hä? Von den Knochen. Gib mir einfach alle Knochen. Ich kann dir einen Knochen geben. Und sieben Barren. Sonst hab ich gar nichts mehr. Aber mein Schwert hat halt nur noch zwölf Uses. Ja, ich hack jetzt n' Holz und dann brauch ich n' Schwert. Äh, hack jetzt n' Holz, genau. N' Holz, mach. Aaaaah, Fliege! Du hast n'n Halt reingeschockt, oder? Ne. Du hast aber intern einen ausgewegt gehabt. Ich hab grad drüber gescrollt. Ich find das schwerste am Anfang ist einfach, den Character auseinanderzuhalten. Hm. Ah, Stein brauch ich gar nicht mit der Eisenhacke hacken, ne? Also den normalen Stein. Doch, du bekommst dann da mehr raus. Ach so, oh, mideete. Stein. Stein have killed me. Ich bin gekrittet, man. Hauptsache du schlägst nebenbei noch n' bisschen Holz. Ja. Bleib mich! Ich hab drei große Eiltränke hierher. Ich hab da gerade nicht abgeteilt. Ich hatte insgesamt sechs jetzt. Fuck. Jetzt hab ich nur noch zwei, weil ich eingeliegt hab grad. Nice. So viele. Was bringt... Äh, warte mal, warte, warte. Bevor du Holz hachst, warte! Hier! Das ist ne Kampfachs, das ist ne Waffe. Ach so. Gib mir. Dann kann ich die... Alter, die hat... Alter, die hat... Alter, die hat acht Detekt... Oh, äh, elf Detekt Damage, Dingsi. Ist ja mal richtig crass. Brauch ich dir auch kein neues Schwert machen. Nee. Ist glaub ich auch nicht so langsam, ne? Die ist auch schon relativ schnell, glaub ich. Ja, das geht. Ja. Achtung, Stein. Noch nicht. Guck, dass es keinen Fallschaden gibt. Ja. Slime mit einer besseren Waffe töten, bringt nichts, oder? Ja, das nicht. Durch keinen Unterschied. Also vom besseren Drop oder sowas, ja. Ja, Handy, fresher. Ui! Ui! Die Dinger willst du nicht einsammeln von den... äh, für Magierstäbe, ne? Nee. Okay. Ich weiß mal... Ich weiß, dass ich damit mal irgendein verzaubertes Schwert gemacht hab. Aber ich weiß aber nicht, wie ich das geschafft hab. Ich dachte schon, hast du... Bist weggesprucht von dem Schwein. Hat mich grad starke Wunde hält. Angst vor Schweinen. Oh. 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 Ich hab die ganze Zeit mit meinen... Ich wollte mit deiner Waffe die Dinger achten. Ah! Nicht hüpfen! Auch wenn ich Full Life hab. Manchmal muss man ja immer Respekt vor dem Monster haben, ne? Eigentlich sollte man gar keinen Schaden bekommen. Wie auch ein Companion oder so, der freigeschaltet wird. Oder, ne... Oder ein... Helden? Keine Ahnung. Irgendwas. Wenn du gar keinen Schaden bekommst. Okay. Fliege, du wirst jetzt gleich sterben. Bam! Leut. War nicht geil. Richtig. Aber ich hab auch gekritzt. Kann sein, dass daran lag. Hey, du hast den Schleim weggeschlagen. Oh, oh. Rutschi Pinguin. Was ist das? Ach das? Pinguin. Der hüpft und... What the fuck? So, ich mach den... Oh mein Gott. Der hat ein bisschen viel Leben, ne? Oh mein Gott! Mit jeder. Weil er mich... Einge... Dings hat. Wie schaden macht der? Äh... Fünf. Okay. Boah, warum hast du keinen Hälter genommen? Du hattest drei Stück! Ja, es ging nicht! Warte, ich hab tun. Oh! Tyranno... Tyrannux... Head. Willst du wissen, was... Gucken wir uns immer? Ne, erstmal weiter. Weil wegen... Ich hab coole Stats gerade. Mir gefallen meine... Basic Stats und so. Ah, verbehindert. Ich hab mir vorher gesagt, dass du viel Schaden macht. Ich hab dir gesagt, fünf, wo du gefragt hast. Ja, oder war es schon zu spät? Gar nicht. Ich weiß schon... Wow. Fisch. Nein, das ist ein Schleim, gar kein Fisch. Ah, lol. Einfach, dass ich grad 5.000 mal gehittet, ey. Wieviel Leben hast du noch eins? 1. Gib mir ein Stein. Ein Stein. Ah! Warte. Äh... Ist da wohl. Aua, aua, aua. Only 2 lives. One... One Schweinehit mit Dede. Easy. Ein Pfeil. Ein Pfeil. Ich mein, der... Aua, der Wikinger hatte ja schon ein bisschen Style, ne. Aber... Die Double Damage, aber ich fand das nicht so... Cool. Peinlich. Nein, Schweine! Lauf nicht weg! Hey, gib ja Fleisch. Bist du lustig, wenn man Team Damage machen würde? Das wär übelst kacke. Oh. Noch ein... Oh, noch einen legen. Okay. Trink hab ich leider nichts, aber ich hab zwei Herbs. Oh mein Gott. Töte es, bevor es Eier legt. Äh, bevor du Bäume hackst. Okay, warte, ich hab nur einen Pfeil. Oh, easy. Ich bin echt Robin heute. Muss mir gleich nochmal Steine geben. Hmhmhmhmhmhmhm. Wie geht der? Äh. Hier. Komm ich da hin. Na. Das ist schon nicht overpowered, dass man während man Tod das Menü noch nutzen kann. Aber es ist cool. Kann sogar craften nebenbei noch, wie cool ist das denn? Aber du bist sogar so nett und hebst nämlich auf, bevor du die EXP leechst. Ja. Cool. Unfair. Mhm. Dass der gerade noch so rausguckt. Das war richtig kacke. Hüpf. Hüpf. Ach schon, der hüpft. Mit jeder. Ich hasse das, wenn man ineinander steht, weil dann verwirrt mich das. Was? Hüpf. Hüpf. Du hast eigentlich Tui dieses seitliche Jumpen? Das hier? Ja. Ja. Und du das? Eigentlich nicht. Wowh. Irgendwann mal, mal so aus dem Style. Hüpf. 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 Ja, Hüpf. Das beste wäre echt, wenn du dieses Werfende Axt bekommst, dann ist das so easy. Aber das macht doch nur im Aura, ich bin tot. Das hat mich eingekäfert. Piu, piu. Das ist so lecherlich, dass er die EP aufsammelt, aber nichts bekommt. Steine oder Knochen. Warte, jetzt muss er das Käfer töten. Der Bugg da ein bisschen rum, würde ich sagen, oder? Steine oder Knochen und oder beide ist mega down. Knochen habe ich noch einen. Das reicht auch.